Herzlich willkommen auf der Stage. Ihr Gesprächspartner wird heute Kitty sein. Jo. Hallo. Ich habe nur noch eine Frage. Ja, bitte. Wir haben uns vorhin ein bisschen ausgetauscht, würde ich sagen, im Beut. Mehr oder weniger, ja. Ja, da hast du einfach aufgehört, mit mir zu reden. Ich markiere die Stelle einmal. Oh, schön. Wir haben aufgehört zu reden. Erstmal herzlich willkommen auf der Live-Stage. Jo. Wir haben aufgehört zu reden, weil ich beschäftigt gewesen bin. Das sieht man jetzt hier nicht so gut. Wahrscheinlich wird man es auch so nicht sehen, aber deswegen. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Kannst du auch gerne nochmal kurz durchlesen, falls du dich mehr weißt. Achso, das habe ich noch gelesen. Ja, das habe ich verstanden. Es ist mir schon klar, dass es dann darum geht, aber darum ging es mir halt persönlich nicht. Ja, es ging mir halt um den anderen Punkt. Der Grund, warum und wieso ich auf die Stage gehe, ist nicht der, um meine Debatten zu gewinnen, sondern es ist der, damit Tiere friedlich leben und ihnen nicht mehr die Kehle aufgeschlitzt werden. Heißt also, wenn du von der Stage gehst und nicht anschließend sagst, ich werde jetzt vegan oder ich ändere jetzt meine Lebensweise, habe ich so oder so verloren, weil egal welche guten Argumente ich gebracht habe und die Diskussion an sich aufgrund von meiner Argumentation gewonnen habe, habe ich trotzdem verloren, wenn du deine Lebensweise nicht änderst. Das war der Punkt. Es ist mir schon klar, dass es in der Debatte eine Pro- und Kontra-Seite gibt und dass man dann Sachen ausdiskutiert, aber, ja, es ist halt eine Moraldebatte. Willst du denn nochmal über Veganismus? Nein, nein, alles gut. Finde ich gut, dass du deinen Punkt weiß, meinen siehst. Möchtest du denn nochmal über den Veganismus jetzt reden, reden? Wie meinst du, warum ich nicht vegan bin? Ja, allgemein, möchtest du nochmal darüber quatschen, warum, wieso, weshalb oder aufklären oder allgemein dich über den Veganismus austauschen hier auf der Stage? Nein, nein, ich wollte eigentlich nur wissen, warum du auf einmal aufgehört hast zu reden. Also, selbst wenn ich jetzt hier mit euch reden würde, so, warum ich nicht vegan bin, so, ich habe oft Erfahrungen gemacht, man wird einfach gekickt, sobald man hier nicht sagt, was ihr wollt, so, deswegen, Zeitverschwendung, meine Opinion. Ich wollte nur wissen, warum du auf einmal aufgehört hast zu reden. Du könntest mir eine Chance geben, beziehungsweise du könntest uns eine Chance geben, also dir und mir in der Unterhaltung. Wie meinst du? Weil du gesagt hast, dass du keine gute Erfahrung gemacht hast und dementsprechend daraus das Resultat siehst, dass diese Unterhaltung sowieso ins Nirvana landen wird. Und deswegen, ähm, Zeitverschwendung und deswegen sag ich dir, hey, was hältst du denn davon, wenn wir es trotzdem versuchen? Mhm, weil, weil, weil es ein wichtiges Thema ist, ja. Selbst wenn ich jetzt hier mit dir diskutieren würde, ich weiß einfach, dass du nicht filmen würdest, vor allem bei mir, weil ich lebe einfach nicht ohne Fleisch. Also, das würde jetzt nicht irgendeine Frau über Discord jetzt so bei mir ändern, bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, das wäre wahrscheinlich eine Zeitverschwendung, deswegen würde ich das einfach mal lassen. Mhm, hast du denn schon viele Gespräche geführt mit Leuten über Veganismus? Ah, so ein, zwei, ein, zwei. Lief nicht gut. Lief nicht gut. Wie lange ist das denn her, einfach nur um zu wissen, wann das dann abgesackt hat? Boah, keine Ahnung, das ist schon länger, sehr viel länger her. Ich glaube, vor zwei, drei Monaten oder so. Oh, das ist schon ziemlich lange. War das denn ein informatives Gespräch? Also, hat man dir denn mal erklärt, was es bedeutet, nicht vegan zu sein? Oder was es bedeutet, vegan zu sein? Also, war das ein informatives Gespräch, sodass du Informationen für dich aus dem Gespräch ziehen konntest, die dich auf gut Deutsch aufklären? Ja, natürlich, die haben mir Videos geschickt und so. Wie das aussieht, so in so einem Schlachthaus oder so. Aber das war für mich eigentlich ziemlich, das war eigentlich nur ein Gerede auf mich. Da habe ich mich nicht so gefühlt, als wenn man so mit mir redet, sondern so einfach so, du musst jetzt vegan werden. Deswegen, das Gespräch fand ich ja nicht so toll. Und, ja, eigentlich, die ganze Zeit wird auf einem nur ein Geredet, so. Aber, ja, eigentlich, ich habe doch nie so eine richtige Unterhaltung mit euch geführt. Weil, ja. Also, ich meine, das ist ja ein ziemlich großer Server und es gibt sehr viele Menschen hier. Also, nicht nur die Stage-Mods, mit denen du schon gesprochen hast, sondern es gibt ja auch zum Beispiel dann noch mich. Und es gibt auch noch, ich würde jetzt nicht sagen, Hunderte, aber sehr, sehr, doch Hunderte an Veganern auf dem Server selbst. Und einige, viele Stage-Mods und höhere Rollen, die schon ein bisschen erfahrener sind im Aktivismus und mit den Gesprächsführungen. Also, vielleicht hast du in Anführungsstrichen einfach nur Pech gehabt und nicht den richtigen Gesprächspartner für dich gefunden. Weil im Nachhinein sind wir ja auch alle nur Menschen. Und auch wenn, ähm, unsere gegenseitige Sympathie aufgrund unserer gemeinsamen Spezies eigentlich in der Unterhaltung keine Rolle spielen sollte, ähm, kommt sie dann da halt doch manchmal da mit rein. Dementsprechend kann ich dir nur anbieten, nochmal das Gespräch halt mit mir zu führen. Wenn du es jetzt nicht möchtest, dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht hörst du einfach ein bisschen bei den Unterhaltungen zu. Und, ähm, vielleicht ist da ja die ein oder andere Information, die dich deine Lebensweise überdenken lässt. Im Nachhinein kann ich dich sowieso nicht überreden, überzeugen oder, ähm, auf dich einreden. Ich kann dir nur sagen, was ich weiß, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, was ich gerochen habe. Und, ähm, alles an Argumenten, die ich, ähm, im Petto habe. Und, ähm, ob du danach vegan wirst oder nicht. Deine Lebensweise und deine moralische Überzeugung neu justierst, ist natürlich am Ende deine Entscheidung. Wobei natürlich wissen solltest, dass die Entscheidung, die du triffst, andere beinhaltet. Andere leben. So. Okay? Was? Ich habe TikTok, sorry. Kannst du nochmal sagen? Haben wir gemerkt. Welchen, welchen Part genau? Du solltest vielleicht einfach die... Ich weiß nicht, ab da, wo du... Das klang irgendwie so ein bisschen langweilig, dann, ich habe mir mein Handy genommen. Ich weiß nicht. Vielleicht hörst du einfach nochmal ein bisschen auf der Stage zu. Einfach auf meiner oder auf einer anderen. Nein, ich klinge nicht so. Oder so. Das klingt ein bisschen langweilig so. Ich will nicht so früh einschlafen, so, weißt du. Vielleicht ein bisschen motivierter werden, so. Dann, das TikTok muss man vielleicht mit ihm beigucken, dann so. Einfach ein bisschen motivierter reden, dann ist es echt ein bisschen spannender dann. Vielleicht ist der, der Straßenaktivismus dann vielleicht mehr dein Ding, wenn man nicht unbedingt, ähm, wenn man dann nicht unbedingt... Warum genau bist du auf einen... Warum genau bist du auf einen veganen Discord gekommen? Wieso bist du hier? Das ist eine gute Frage und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gesehen, wie ihr beleidigt wurdet oder so. Und das fand ich eigentlich relativ cool so. Dann sind wir auch hergekommen, dann müssen wir uns mal angucken, ob das so mehrere Leute machen. Ich werde euch nicht beleidigen, so, ne? Jetzt nicht, dass ihr denkt. Ich glaube, damit hast du uns gerade schon genug beleidigt, dass du nebenbei TikTok guckst. Das sagst du jetzt so. Muss ich, ja, das sage ich. Okay. Und das empfinde ich auch so. Ja gut, also du kannst auf der Stage noch bleiben. Du kannst auf der Stage noch bleiben, zuhören oder nicht, wie du auch immer möchtest. Auf jeden Fall kommst du unter. Wenn du sowieso keine Lust hast, dann macht das sowieso keinen Sinn. Also, ähm, ich denke, ich war jetzt höflich genug und ich denke, ähm, ich war respektvoll genug und hab der Sache noch mal eine Chance gegeben, entweder du gibst mir eine Chance oder nicht und wenn nicht, dann ist die Leine. So, Punkt, fertig, aus. Dann müssen wir nicht weiter darüber diskutieren, ne? Jede Zeit, die ich mit dir in Anführungsstrichen verschwende, und das meine ich jetzt nicht, ähm, böse oder wie auch immer, ähm, ähm, ist eine, ist die Zeit, die ich nicht mit jemand anderem investiere, der sich vielleicht tatsächlich für das Thema interessiert und deswegen ist das Thema durch. Ja. Schöner Abend, by the way. Ja. Ja.